in einem video von mir hat spiele wieder quick survival games ist auch glaube ich schon erzählt dass ich das wiedergebracht habe aber ist ja auch egal dann haben wir eigentlich wurde schon eine komo gehabt auch schon wissen nicht ich glaube aber das auch irgendwie gar nicht gecheckt nach schade das film mit einem hitdown gewesen wäre jetzt habe ich einen goldapfel gegessen jetzt ist hier die frage wie ich wir ach die haben wir weg sind beide nicht low und so lassen wir es einfach mal ich hoffe es stimmt mit mir darüber ein überein und jetzt nicht die heißt nicht wirklich ne die heißt es nicht wirklich putz dich weg weißt du was geh weg du kiss mich sicher nicht wenn schon die eine die mich angegriffen aber du der typ der ist gerade reingesprungen und dann wieder mich kill da laufe ich lieber jemand anderen rein lasse ich von dem kill wirklich das ist viel zu schlimm und so dreist und sowas machen sowas werde ich immer so abgefuckt und ja dass es auf der bachkampf nicht mal geht da hätte ich einen skybox nicht immer eine lösung gehabt also er geht schon noch aber ich will nicht riskieren unbedingt gebannt zu werden dafür ich hätte sogar von einem leider irgendwie also ich hätte sogar ein bannvideo gehabt von jemand der das gemacht hat aber ich war sogar ein schlauer und hat das gelöscht also ja nicht so eine gute idee da war nicht so schick gemacht habe ich ja eigentlich richtig gute rüstung schon okay okay so immerhin ja tollen helmen macht er nicht mehr da macht irgendwie nur die bogen ja vielleicht faktor ja ab ich weiß man weiß es ja nicht zahlt sich auch nicht mal aus irgendjemand angreift also wird gehen ich habe es nicht noch zu das war noch schön ich habe mir jetzt noch ein bisschen begehrt der typ ist ja auch nicht richtig nein schade naja ok eine goldprost wird nicht ausbekommen ok sieht man es auch in kriski sogar ist das incense bond so praktisch ja es ist halt ich weiß nicht als ob ok wenn er als ob ey bitte was war denn das wie komisch hat den bogen plötzlich gezuckt ja ja will er wirklich mann ne scheiße bin ich noch reingelaufen ey ja toll jetzt jetzt will er nur schießen oder jetzt geh ich hier halt nicht rein ok dann haben wir ihn perfekt schon mal die erste runde und gleich gewonnen auf jeden fall ein fetter sti und ja ich würde mal das was mit der runde und willkommen dann gleich zur nächsten und willkommen zurück zur nächsten runde und ja es ist jetzt der nächste tag ja ich hab's verkackt es ist halt weil sie nicht ich mach's ich weiß nicht also ich bin nicht wenn ihr irgendwann mal habt was sie vielleicht für irgendjemand irgendwie machen kann weil sie nicht was es sein könnte und nein schicken es bitte keine hausaufgaben oder sowas genau bitte die hausaufgaben die euch mache es ja bitte schickt sie mal ein ich bin ja auch zuverlässig nein nein geh weg oh gott ich habe jetzt ein gutes schwert auch noch gott da wird ich ein leck drin ok dann hätten wir auch noch schön das ist auch gut den helm und die schuhe und dann hätten wir richtig gutes equipment eigentlich sogar mit zwei eisenscherten das heißt ich werde einzigen darf man scheinen als schwert das ist gut also wenn das leute noch immer nicht gecheckt haben ok nice auf jeden fall ein guter taktischer plan und er hat auch glaube ich kein helm ich habe ihn jetzt nicht weg geworfen aber ich glaube das wäre eh das falsch oh gott ne wirst du was machen wir so oh gott ich habe ihn getroffen läuft ok komm der dürfte los sein den muss ich jetzt killen einfach ok perfekt warte ne ne hinter mir ist er hier hinter mir ist er schon ich habe ihn gehört endlich ja nice du staubst mich jetzt nicht ab also geh weg ok ich oh gott ich muss den helm wechseln ok auch toll kannst du ey bitte danke ich dachte schon ey was macht denn der jetzt bitte dachte der fragt mich jetzt auf die ganze runde lang ab ich muss sagen dafür dass sie sich jetzt irgendwie das richtig verkackt habe für den tag sind die runden gut ich habe sogar beide gewonnen und sogar abwechslungsreich mit einem anderen texter weg uh und ja ich würde meinen bis zur nächsten runde und wir kommen zur nächsten runde und der stoppt jetzt die kiste ab das ist nicht gut ich habe auch trotzdem noch keine waffe das ist oh gott ich habe fast hier unterer Sprung wo geht sich der Sprung man weiß nicht aber hier muss doch auch irgendwie hochgehen und sonst würde das hier nicht sein oder und gehe ich mich da mache ich das so eine komplette kacke wow das ist genau das gleiche toll aber hier muss was oben sein einfach sonst wäre das hier nicht hier muss was sein aber hier ist eine kiste ich habe es gewusst Profi ich bin dann so random raufgelaufen aber ok könnte man hier weh als ob ok warte geht das hi man ach so geht ja nicht mal dass man es so rauszieht warte ist die Waffe hui man schade wäre schön gewesen wenn wir das machen oh das ist eine andere kiste ach das habe ich gar nicht gewusst ach gott warte die Schuhe will ich haben eigentlich jetzt muss ich jemanden mit einer Axt killen irgendwie ich hoffe das wird oh oder mit einem Schwert das da zufällig drin ist praktisch was ist denn da unten da ist wirklich eine kiste drin ich habe es mir nicht so gedacht das sieht mir verdächtig aus warte ist hier irgendwo hier ist glaube ich ein secret oder könnte das möglich sein irgendwo hier in der wand drin oder so ach ich dachte schon man schade schon darauf gehofft aber auch gut so und das brauchen wir nicht jetzt schauen wir mal ob wir irgendwas zusammenbringen damit sie zeigen was wir haben oh gott ist der noch so dritt ich bin marge oder wo sind die wenn ich jetzt nicht irgendwas gutes finde oder ein gegner töten könnte wenn ich ihn finden würde dann wird es nichts aber hier ja hier ist jemand hochgelaufen jetzt könnte es sein dass sich einer da auch versteckt ach man schadet auch nicht ist ein secret irgendwo bitte bitte oh ja ok das wird spannend das ist der fetch also ich halt drauf gehen ok hat auch so kack wüsste ach gott ich will hier nicht abstorben aber ok perfekt warte hab ich ok dann hätten wir beide rüstungen ja komm ich bin es nett und warte lieber und die runde werde ich wahrscheinlich auf jeden fall noch nehmen können auch wenn ich das jetzt nicht gewinne aber ich warte auf jeden fall lieber noch ich bin jetzt erstmal nett vor allem ich habe mir das ganze zeug geklaut ich meine das war deine einzige chance komm fighten wir mal ey komm komm dann warte ich ja nochmal warte mu go oh als ob er sagt mu go ey das ist von poko go wahrscheinlich oder das suchte ich auch grad mir geht so eigentlich sogar ich würd suchten wenn von mir mehr poko werden in der nähe hast du es dann mal hallo hast du es dann mal bist du fertig weiß nicht wie lange regst du denn noch gehts go go ok go ja was war das jetzt schade schade ich ne gehen wir weg aber jetzt haben wir einen guten damage eigentlich gemacht jetzt können wir versuchen in eine combo rein zu drücken hey warum läuft er jetzt weg oh gott ich hab schon wieder ja er hat einen bogen er schießt mich halt nicht ne ok ok und ne schade hätten wir ihn vielleicht sogar noch bekommen aber ja immerhin war noch ein schöner schöner kampf auch am ende ich muss ja nicht alles gewinnen wenn ja auch die anderen runden schön und ja ich meine das wasser mit dem video und dann ciao bis zum nächsten video leute tschüss bis zum nächsten